Heute sind Aliens in New York gesichtet worden. Willkommen bei CNN. Aliens haben mit ihrem Raumschiff die Freiheitsstatue geklaut. Wie kam es zu dem Vorfall in New York? Die amerikanische Armee hat ihren Kampfdino losgeschickt, um die Freiheitsstatue zurück zu erobern. Leider fiel die Statue auf die Häuser. Ein Flugzeug brachte die Freiheitsstatue zurück an ihren Standort. Das war's mit unserer Nachrichtensendung CNN. Musik Musik Musik